Futuro Plantarfasziitis Bandage für die Nacht. Unterstützung für Füße mit Symptomen der Plantarfasziitis. Ideal zur Unterstützung in der Nacht während des Schlafs. Speziell entwickelt, um den Fuß in der empfohlenen Stellung zu halten. Bequemer anpassbarer Sitz. Atmungsaktives Material. Feuchtigkeitsableitend. Passend für den linken oder rechten Fuß. Messen Sie den Umfang ungefähr 5 cm oberhalb des Fußknöchels. Lösen Sie die Verschlüsse an den Waden und Fußbändern. Schieben Sie den Fuß durch das Wadenband, bis die Bandage auf der Oberseite des Fußes liegt. Passen Sie die Position der Bandage so an, dass das Wadenband ungefähr 5 cm über dem Fußknöchel liegt. Passen Sie das Wadenband von beiden Seiten an, um einen festen, aber bequemen Sitz sicherzustellen. Positionieren Sie den breiten Teil des Fußbands in der Mitte unter dem Fußballen. Bringen Sie den Verschluss am breiteren Ende des Fußbands auf der Oberseite der Bandage an. Ziehen Sie die Zehen hoch, wickeln Sie das verbleibende Band um den Fuß und bringen Sie den Verschluss an. Futuro Plantar Fasziitis Bandage für die Nacht. Unterstützt von unserem Expertengremium aus Ingenieuren und Medizinern. Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf. Kontraindikationen. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Patienten mit Diabetes, Neuropathie oder Gefäßerkrankungen. Dieses Produkt ist nicht zur Druckbelastung vorgesehen. Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt.